Esoterik Hallo ihr Lieben, was ist Esoterik? Ja, was versteht man darunter? Also, Esoterik kommt vom Griechischen und wird von Esoterikos abgeleitet. Man bezeichnet die Esoterik ursprünglich als Wissen, dessen Verständnis eine philosophische Vorbildung voraussetzt. Mit dem Gegenbegriff Esoterik meinte man dennoch die Lehren, die sich an die Öffentlichkeit richtet und ohne Vorkenntnisse zu verstehen ist. Das ist schon mal der erste Grundsatz. Ursprünglich ist die Bedeutung des Begriffes Esoterik eine philosophische Lehre, die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich war. Wissenschaftlich gesehen haben sich zwei grundlegend verschiedene Verwendungen dieser Bezeichnungen etabliert. Erstens, die Religionswissenschaft beschreibt und klassifiziert verschiedene Formen religiöser Aktivität und die, die Esoterik zusammenfasst. Und zweitens, die Geschichtswissenschaft hingegen befasst sich mit bestimmten Strömungen der westlichen Kultur, die gewisse Ähnlichkeiten aufweisen und historisch miteinander verbunden sind. Im frühen 19. Jahrhundert hatte die Esoterik erheblichen Einfluss auf die intellektuelle Begründung der Demokratie. Manche Praktiken, die man heute der Esoterik zuordnet, im Besonderen das Wahrsagen und der Magie, werden von der Heiligen Schrift der Tanah der Juden verurteilt. Aber grundsätzlich wird Kritik an jeglicher Esoterik von den Vertretern der Skeptikbewegung geäußert. So auch von der Politik. Doch wie so oft relativiert sich auch das. Esoterik ist ein Prozess der eigenen seelischen und geistigen Entwicklung und des Bewusstseins. Wenn du ihn gehst, gewinnst du deine innere Freiheit im Ganzen. Brauchst du aber Hilfe, bin ich für dich da, in Rat und Tat. Ich kann dir mit meinen medialen Fähigkeiten hellsichtig zur Seite stehen. Du musst nur eins tun. Rufe mich an. Ruf an. Hier unten ist meine Telefonnummer. Also, bis dann. Herzlichst, eure Deria. Und wenn du es wieder hereinケerchen. more schön. Wir sehen uns, bis dann. Okay, dafür Peuge. Wir sehen uns, bis dann. Bis zum nächsten Mal.